Wir sind hier bei der Firma Perga in Waldüren-Altheim. Die Anwendungen, die wir herstellen, sind vielfältig. Wir stellen für den Pharma-Markt her, wir stellen für die Bauindustrie her. Ein großer Bestandteil unserer Produktion ist auch für die Fleischerei-Warenindustrie. Wir haben in die neue König & Bauer XT-Druckmaschine investiert, um den Markt besser bedienen zu können. Wir hatten die Druckanforderungen durch unsere Kunden, dass wir auch Achtfarben-Drucker anbieten mussten und wir können das mit dieser Druckmaschine sehr wirtschaftlich tun. Die Entscheidung für König & Bauer fiel dahingehend, dass König & Bauer mit dem technischen Konzeption der Anlage am besten auf unsere räumlichen Gegebenheiten eingehen konnte. Das heißt, wir haben sehr viel Raumhöhe zur Verfügung, aber keine Länge. Das heißt, wir mussten die Maschine eigentlich kompakter gestalten und das war das Konzept, was König & Bauer einfach am besten umgesetzt hat. Deswegen die Entscheidung für König & Bauer. Der große Vorteil für uns sind die Trägerwellen aus Carbon für Rasterwalzen und Drucksleeves. Die garantieren uns auch bei hohen Geschwindigkeiten bis 500 Meter stabile Druckqualität. Auch das Schnellwechselsystem von König & Bauer ermöglicht ermöglicht uns, dass auch die Kleinstaufträge effizient abzuarbeiten. Die einfache Bedienung am Touchscreen hat uns ermöglicht, dass die Mitarbeiter sich sehr schnell mit der neuen Technik oder der Anlage zurechtfinden. Mit unserer neuen König & Bauer XD Maschine konnten wir den Einsatz von Lösemitteln deutlich reduzieren. Die Abluft der neuen Druckmaschine wird unserer katalytischen Nachverbrennungsanlage zugeführt. Die Energie wird zurückgewonnen. Durch das automatische Andrucksystem konnten wir unser Ausschuss deutlich reduzieren.